Deutsche Sprache, schwere Sprache? In dem Fall nicht. Wenn der Deutsche über Politik redet, dann nutzt er eben das Wort Politik. Die Briten dagegen haben drei Begriffe. Und das ist eigentlich ganz smart, weil man dann genauer differenzieren kann. Deshalb gehören diese drei Begriffe zum Standardvokabular des Politikwissenschaftlers. Wichtig ist, dass alle drei Begriffe zusammen wieder das ergeben, was der Deutsche unter dem Wort Politik versteht. Fangen wir direkt mit dem Begriff Nummer 1 an. Polity. Polity meint den Rahmen für das politische Handeln. Damit können handfeste Dinge wie zum Beispiel unsere Verfassung oder auch unsere Parteien gemeint sein. Allerdings zielt auch die politische Kultur und generell auch ungeschriebene Regeln dazu. Wenn der Politikwissenschaftler von Policy redet, dann meint er damit die Inhalte. Also sowas wie Wahlprogramme und konkrete Themen wie Klimaschutz, hier unten rechts zu sehen, oder Außenpolitik und Soziales oder auch hier die Altersarmut und die Rentenpolitik. Und wenn es um Politik geht, dann geht es um die Prozesse dahinter, nicht um die Inhalte. Es geht also darum, wie Entscheidungen getroffen werden und durch welche Prozesse die Policy umgesetzt wird. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Video. Hier oben habe ich übrigens ein Video über den Freihandel für dich. Wenn dich das interessiert, dann kannst du ganz einfach hier oben rechts auf das Video klicken. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.